Dirk Müller ist zu Gast. Herzlich Willkommen. Servus. Ich freue mich sehr, deine Zeit ist sehr, sehr rar. Ich mache sie rar. Ja, das ist wahr. Nein, eher rar ist sie nicht. Wir haben ja alle gleich viel Zeit. Die Frage ist nur, für was verwendest du sie? Ja, du verwendest sie viel für zuhause. Du wohnst an einem tollen Ort, es ist alles sehr grün, es ist mitten in Deutschland. Und manchmal gehst du auch raus, um ein bisschen zu erzählen über die eher negativen Sachen im Leben. Es bedingt sich ja gegenseitig. Wenn den ganzen Tag, beruflich, Börse und Politik, da bist du automatisch auch mit negativen Themen beschäftigt. Und viele machen den Fehler, sich dann nur noch mit negativen auseinanderzusetzen. Dann kriegst du eine echt schiefe Sicht auf die Welt, weil die ist richtig toll. Und deshalb genieße ich das auch immer wieder zu erden, mich mit positiven Dingen zu beschäftigen, mich mit der Natur zu beschäftigen, guten Freunden, positiven Sachen. Und dann hast du auch wieder die richtige Stimmung, um auch mal wieder auf Problemfelder zu schauen, ohne dich davon zu sehr verrückt machen zu lassen. Ich habe mir abgewöhnt, Nachrichten zu schauen, weil ich mag dieses Worst of nicht mehr. Es gibt eine Seite im Internet, die heißt goodnewsnetwork.org. Da war unter anderem zu lesen, dass es in Indien mittlerweile so ist, dass wenn du eine Pfandflasche findest, gehst du zur U-Bahn, das ist ein Pfandflaschenautomaten, machst du die Pfandflasche rein und kriegst dafür ein U-Bahn-Ticket. Das ist eine geile Sache. Geil. Mach den Müll sauber. Was glaubst du, in wie vielen Nachrichten man davon gehört hat? Verdammt wenig. Ja. Aber genau das ist es. Wir brauchen wieder mehr Positives, wir brauchen mehr positive Meldungen oder vor allem uns mit mehr positiven Sachen beschäftigen. Das heißt nicht das negative Ignorieren und alles heile Welt spielen, das wäre Bullshit, weil sonst kriegst du kein Problem gelöst. Aber sich nur noch mit Problemen zu beschäftigen, ohne die schönen, positiven Sachen zu sehen, das ist der falsche Weg. Das ist ein schöner Satz von dem Mann, der Machtbeben geschrieben hat, mit dem Untertitel Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Es wurde viel kritisiert, das Buch, bevor wir darüber sprechen. Echt? Du kannst es gewinnen. Einfach eine E-Mail an info.webtalkshow.de, mit dem Betreff Machtbeben ist es sogar handsigniert. Viele Leute haben gesagt, da sind immer ganz schön viele Verschwörungstheorien drin, Herr Müller. Noch viel mehr Leute haben gesagt, das geiles Buch, das ich je gelesen habe. Worum geht es darin? Es geht darum, um Dinge, die ich auch alle belegt habe, mit über 360 Quellen drin. Also wenn einer sagt, Müller, das stimmt nicht, was er schreibt, dann soll er mir sagen, wo genau, wo konkret. Das ist bis heute nicht passiert, es kommt immer nur... Komisch, ne? Völliger Bullshit ist es natürlich. Aber das ist klar, wenn die Leute was nicht wahrhaben wollen, dann nehmen sie Fakten nicht wahr. Aber wie gesagt, ich habe nur über das geschrieben, was ich nachweisen kann, und zwar mit belastbaren Quellen, die ich angegeben habe. Und dann soll einer kritisieren, was ihm daran nicht gefällt. Wie gesagt, das bleibt bis heute aus. Tatsächlich, um was geht es? Es geht um sehr, sehr viele Themen. Unser gesamtes großes Bild, ich komme aus der Börse, und du kannst die Börse nur verstehen, wenn du das Zusammenspiel verstehst. Weil alles auf der Welt Einfluss auf die Börse hat. Jede politische Entscheidung, jede gesellschaftliche Entwicklung hat Auswirkungen auf Märkte, Aktien, Unternehmen. Und ich muss versuchen, so viel von der Welt zu verstehen wie möglich, und vor allem, wie es zusammenhängt. Das versuche ich im Buch ein bisschen zu übersetzen. Wo stehen wir? Wo geht die Reise hin? Was sind die wichtigen Mechanismen, die gerade ineinander greifen? Und was für logische Schlussfolgerungen kommen daraus? Was erwartet uns in den nächsten Jahren? Und darüber geht das Buch. Aktuell ist es ja so, dass die Leute immer ein bisschen überrascht sind, was auf der Welt so passiert. Ich habe den Eindruck, dich überrascht da nicht so viel. Auf YouTube kann man auch viele Videos von dir sehen und du sagst immer nur, wer es mitbekommen hat, es ist das und das und das passiert. Das kann uns nicht überraschen, weil das, das und das. Das Thema Seidenstraße ist sehr, sehr wichtig zurzeit und wird auch noch viele Jahre so wichtig bleiben. Denn es ist ja quasi der Initiator, der auslösende Moment für fast alles, was da auf der Ecke passiert. Vielleicht fasst du es einmal ganz kurz zusammen für Leute, die noch nie davon gehört haben. Um es ganz kurz zu schauen. Es ist momentan ein Machtkampf im Gange zwischen den USA und China. Die USA beherrschen mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg weitgehend die Welt. Sie sind der große Dominator, der Hegemon. Und China ist jetzt auf dem besten Wege und hat vor, Amerika abzulösen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass die Amerikaner da wenig Spaß dran haben und sagen, wir würden es gerne noch ein bisschen machen. Und die Chinesen sagen, nö, wir würden gerne. Und das ist genau das, was gerade stattfindet. Und Amerika hat über 40 Jahre lang China aufgebaut. Man hat sie gebraucht. Man hat davon profitiert. Einerseits als Bollwerk gegen die Russen in Südostasien. Andererseits den wirtschaftlichen Aspekt. Man hat billige Arbeitskräfte gehabt. Billige Produkte importieren können. Die Amerikaner haben sehr davon profitiert. Die Chinesen haben 40 Jahre dieses Spiel mitgespielt. Davon auch sehr profitiert. Und jetzt kommt ein neuer Präsident, der jetzt in China im Amt ist. Und der sagt, wir haben keine Lust mehr, das Anhängsel der Amerikaner zu sein. Wir übernehmen den Laden. Und genau dieser Wettkampf findet gerade statt. Und Amerika versucht das zu verhindern. Und darum dreht sich momentan alles, was wir erleben. Alle waren schwer geschockt, als Donald Trump dann gesagt hat, wir führen einen hohen Zoll ein. Warst du überrascht? Nee, überhaupt nicht. Ich habe das Buch geschrieben, bevor die Zoll eingeführt worden sind. Habe aber diese Entwicklung bereits angekündigt. Ich habe gesagt, das kommt. Weil Amerika muss jetzt aus seiner strategischen Sicht heraus, wir übersehen oftmals, dass Macht und Geostrategie dominanter ist als Wirtschaft. Wirtschaft ist wichtig, kommt aber erst nach der Machtfrage. Weil die Macht bedingt, dass ich Geld verdienen kann. Wenn ich keine Macht habe, ist es auch schwierig, Geld zu verdienen. Und für die Amerikaner geht die Macht über, die Welt, die Weltdominanz zu haben, ist momentan wichtiger als Geld zu verdienen. Also sie sind durchaus bereit, auch einen wirtschaftlichen Rückgang für eine gewisse Zeit zu akzeptieren, wenn sie dafür als Gegenleistung die nächsten Jahrzehnte weiterhin Welt noch Nummer eins bleiben. Also sie können China nicht militärisch attackieren. Das wäre zwischen zwei Atommächten heute nicht mehr vorstellbar. Die einzige Möglichkeit, China einzubremsen, ist ihnen wirtschaftlich Probleme zu bereiten, flapsig ausgerückt den Stecker zu ziehen. Und genau das ist, was Trump gerade macht. Alles, was er seit Amtsantritt 2016 gemacht hat, war nichts anderes, als sie schottendicht zu machen für die amerikanische Wirtschaft, für Amerika, sich auf den Krieg, den Handelskrieg mit China vorzubereiten, sie bestmöglich darauf abzuschotten, wie wir mit einem Schlachtschiff auf die Schlacht vorbereiten. Das hat Trump gemacht mit all seinen Maßnahmen und führt jetzt diesen Kampf gegen China auf der wirtschaftlichen Ebene. Ist Donald Trump damit der richtige Präsident für Amerika gerade, wenn das das oberste Vorhaben ist? Es hätte jeder andere Präsident genauso gemacht. Hillary Clinton hätte das auch gemacht. Hätte das ganz genauso gemacht. Trump kann das nur viel aggressiver umsetzen, was Trump macht. Ich glaube, wir machen einen großen Fehler. Ich bin kein Fan von Trump oder sonst irgendwem. Ich versuche immer nur zu erklären, was passiert. Aber wir machen einen großen Fehler, wenn wir Trump als Wahnsinnigen ansehen. Er spielt diese Rolle des Wahnsinnigen perfekt. Und das ist eine Strategie, die ist uralt. Machiavelli hat die schon im 16. Jahrhundert definiert, die Mad-Man-Theory. Und die wurde von Präsident Nixon erstmals umgesetzt und das ist heute sehr, sehr gut dokumentiert. Er hat es auch später zu Protokoll gegeben, zusammen mit Kissinger. Mad-Man-Theory heißt, Machtspiele zwischen Staaten, zwischen Präsidenten sind wie ein Schachspiel. Jeder Präsident oder Diktator, wie auch immer seines Landes, kann sich nur in gewissen Rahmen bewegen. Er hat seine Unterstützer, seine Gegner, seine Lobbygruppen und kann sich nur innerhalb enger Rahmenbedingungen bewegen. Wenn ich auf der anderen Seite jetzt diesen Zug mache, diese Entscheidung fälle, dann weiß ich, der andere kommt in die Lage und kann jetzt nur dies oder jenes tun. Aus logischer Überlegung wird er das machen. Und so ist ein Schachspiel zwischen diesen strategischen Köpfen. Das kann ich aber nur, solange ich überzeugt bin, dass der Gegenüber noch alle Latten am Zaun hat. Wenn ich einen Gegenüber habe, von dem ich nicht weiß, wie der reagiert, der völlig irrational reagiert, kann ich mein Spiel nicht aufziehen. Ich bin permanent in der reagierenden Rolle. Trump spielt das perfekt. Er ist offenkundig, mir, die Medien, Freund und Feind weltweit, sieht ihn als unkalkulierbaren Irren an, wo man nicht weiß, was er als nächstes tut. Er selbst weiß ganz genau, was er vorhat, wo die Reise hingeht, was er macht. Das heißt, der Einzige, der weltweit momentan in der Entscheiderposition ist, im Führerstand steht, das ist Trump. Alle anderen müssen auf das reagieren, was er macht. Also eine geniale Strategie und gehen wir davon aus, dass in Amerika nicht einfach Präsident wird, nur weil er irre genug ist, sondern da stecken große Lobbygruppen hinten dran, die genau den als Präsidenten haben wollen und die genau dieses Bild von ihm auch in der Öffentlichkeit haben wollen. Wie groß ist die Chance, dass Trump eine zweite Legislaturperiode bekommt? Sehr hoch. Trump macht momentan auch dafür alles richtig und gerade in den letzten Tagen hat er zum Beispiel was Spannendes gemacht, das hast du schon in den Zeilen gelesen, dass er jetzt mit den Chinesen einen Übergangsdeal machen will. Er wird mit denen keinen endgültigen Deal machen. Er will China den Stecker ziehen. Er will China wirtschaftlich kaputt machen. Zumindest so, dass sie nicht mehr die Weltmacht anstreben. Vorher kann er nicht aufhören. Aber er braucht jetzt ein Jahr lang wieder mal Ruhe, vor allem an der Wirtschaftsfront, damit er seine Wiederwahl nicht gefährdet. Also macht er jetzt einen Übergangsdeal mit den Chinesen und sagt, na, wir einigen uns, dann gucken wir mal, ob die liefern. Kann damit nochmal richtig Boom in die Aktienmärkte bringen, kann die amerikanische Wirtschaft nochmal bis nächstes Jahr stabil halten, um dann nächstes Jahr, nachdem er dann die Wahl gewonnen hat, weil er so ein toller Präsident, der so tolle Deals gemacht hat und die Wirtschaft und die Aktienmärkte so toll laufen, die zweite Amtsperiode holen, um dann zu sagen, oh, die Chinesen haben nicht geliefert, ich muss meinen Deal leider wieder rufen. Es ist Theater, oder? Natürlich ist es Theater, klar. Wahnsinn. War der Brexit auch ein Theaterstück? Ein sehr schwer durchschaubares und offen gestanden habe ich mich mit dem Brexit, beschäftige ich mich nur sehr rudimentär. Ich habe den Brexit angekündigt, bevor er kam, also als die Wahlen anstanden, habe ich gesagt, nach allen Einschätzungen, Gesprächen, die ich geführt habe mit entsprechenden Wissenschaftlern, die sich mit Umfragen beschäftigen, der Brexit kommt, die Entscheidung wird so fallen, aber davon geht die Welt nicht unter. Also die Briten kommen ohne Europa klar, die Europäische Union kommt ohne die Briten klar, über 100 Länder der Welt sind nicht Teil Europäischer Union und die kommen alle irgendwie durch und wir auch ohne die, also das kriegen wir hin. Aber das größere Problem wird eher, wenn sich der Prozess lange zieht, für die Wirtschaft ist Unsicherheit schwierig, der britische Bürger, das Unternehmen kann sich schwer darauf einstellen, weiß nicht, was kommt, also werden die wenig investieren. Das ist das, was wir gerade sehen. Ich habe damals gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht, wie die sich einigen werden. Wenn es entschieden ist, wird es weitergehen, gibt es eine vernünftige Lösung dafür. Bis dahin interessiert es mich auch gar nicht mehr. Und wer damals, 2016, hätte man gehört, okay, die haben für Brexit entschieden und wer dann drei Jahre in Urlaub gegangen, käme heute zurück, hätte man den gleichen Stand wie damals. Hatte nichts vermisst, aber in der Zwischenzeit haben wir alle uns dutzende Sondersendungen angeschaut, Beiträge gelesen, uns aufgeregt, Einschätzungen gelesen, Stunden an Lebenszeit vergeudet, habe ich mir erspart, ich habe es mir so gut wie nicht angeschaut. Also sagt mir Bescheid, wenn ihr eine Entscheidung habt, vorher interessiert es mich nicht. Ich glaube, auch der Deutsche neigt dazu oder allgemein der Bürger, der Mensch zu vergessen. Griechenland war mal mehr als ein dominierendes Thema. Wo ist Griechenland heute? Wie geht es Griechenland? Denen geht es genauso beschissen wie früher, aber es ist nicht mehr im Schlaglicht der Medien. Das ist etwas ganz Spannendes, was du da ansprichst. Du musst dir vorstellen, dass alles, was auf der Wirtschaft und Politik passiert, international, national, permanent auf einer riesigen Bühne stattfindet, riesige Theaterbühne und alles wird gleichzeitig gespielt. Und es ist nur die Frage, wo gerade der große Scheinwerfer der Medien drauf leuchtet, mit seinem kleinen Spot, leuchtet auf eine Szene. Und das ganze Auditorium, das ganze Publikum guckt dahin, wo der Spot ist und regt sich fürchterlich auf, das da Griechenland oder das da, Ukraine. Und irgendwann entscheidet, wie auch immer der große Beleuchter, den Scheinwerfer woanders hinzulegen, zum Beispiel dann auf Syrien. Oh, alles regt sich über Syrien auf. Und die Ukraine, ja, Ukraine war mal was. Das findet im Dunkeln genauso weiter statt. Und mir macht es sehr oft Freude, die Augen zusammenzukneifen, mal nicht dahin zu gucken, wo gerade das Licht hell leuchtet, sondern was da im Dunkeln noch so gespielt wird. Weil jetzt spielen die viel ehrlicher und viel klarer, als wenn sie wissen, sie sind im Scheinwerferlicht. Und daraus kannst du sehr viel ablesen. Das glaube ich. Du machst dir ein bisschen Sorgen über Kryptowährungen. Ach, Sorgen mache ich mir nicht drüber. Ich mache mir über wenig Dinge Sorgen. Ich versuche Dinge zu verstehen, zu antizipieren, wo die Reise hingeht, und dann meine Schlussfolgerung. Ja, aber das könnte eine gefährliche Reise werden. Das sagst du immer wieder. Das wird es, ja. Wir werden digitale Währungen haben. Kryptowährungen werden die Zukunft sein. Das Bargeld, wie wir es heute kennen, wird aussterben. Es wird irgendwann nicht mehr geben. Daran haben alle ein großes Interesse. Die ganzen großen Spiele haben ein maximales Interesse, das zu tun. Die sind seit vielen Jahren mit sehr viel Energie dran, das voranzutreiben, investieren da unglaublich viel Geld in die Abschaffung des Bargeldes. Und die Kryptowährungen, so wie wir sie heute kennen, Bitcoin und Co., sind ein Übergang auf dem Weg dorthin. Sie finden, das ist eine riesen Marketingnummer. Vor Bitcoin kannte keine Sau-Kryptowährungen. Und wahrscheinlich wird es auch heute keiner kennen. Aber durch Bitcoin ist ein solcher Hype entstanden, dass selbst die Oma, die ihre Apotheken-Umschau kauft, weiß, was eine Kryptowährung ist und was Bitcoin ist. Und dass da ganz viele Leute total viel Geld verdient haben und dass es irgendetwas Cooles und Hippes und Modernes ist und dass es alle total klasse finden. Sie weiß zwar nicht, um was es geht, aber irgendwie ist es cool. Als nächstes werden es kontrollierte Währungen sein. Der Bitcoin, man hat ja die Hoffnung, dass es so ein unkontrollierter, so ein demokratischer Bitcoin ist, anonym, dass man die Macht der Banken damit, denen entreißen kann. Das ist ja die Hoffnung der Kryptofans. Und ich kann diese Hoffnung ja nur bestens nachvollziehen und kann die ja teilen. Leider ist sie sehr naiv. Diese Jungs verfügen mit ihren Währungen über sehr, sehr viel Macht und werden Teufel tun, sich diese Macht aus der Hand nehmen zu lassen. Das heißt, wir werden Kryptowährungen sehen, aber es werden dann nicht die anonymen oder unabhängigen Bitcoins sein, sondern es werden offizielle Kryptowährungen sein. Zum Beispiel wie es Libra von Facebook oder sogar ein Kryptodollar. Es werden dann Währungen sein, die alles mitzeichnen, was du machst. Das heißt, man wird dann vom ersten Lutscher bis zum Sargnagel wissen, wann du was gekauft hast. Ob du es längst nicht mehr weißt, die wissen, was du vor 20 Jahren gekauft hast. Sie wissen genau, wie du tickst. Sie können dich lückenlos tracken, wie so dein Lebenszyklus als Einkäufer ist. Und es hat natürlich auch politische Implikationen und sehr große Gefahren für die Freiheit der Gesellschaft. Das ist fürchterlich. Mit Bargeld, ich kann mit einem 5-Euro-Schein, kann ich zum Bäcker gehen, die kennen mich nicht und kriegen Brot dafür, habe ich nur noch digitales Geld, was automatisch mit mir verbunden ist, kann mich eine künftige, weiß ich, wie die Regierung in 20 oder 30 Jahren aussieht, eine aggressivere Regierung mit einem Knopfdruck aus dem Spiel nehmen und sagen, du, du kannst mit deinem Geld noch Brötchen kaufen, aber kein Benzin mehr, keine Flugtickets mehr und du kannst also nicht mehr reisen. Das ist Hausarrest, faktisch ein Hausarrest. Und wenn ich ihnen ganz blöd komme, nehmen sie mich auf null, dann kriege ich nicht mal mehr ein Brötchen und ich habe nichts mehr, was ich bezahlen kann. Die Anonymität ist raus und ich bin jederzeit blockierbar. Und das ist eine Gefahr, nicht aktuell. Jetzt haben wir eine Regierung, wo das nicht passieren wird. Aber weiß ich, wie die Regierung in 20 und 30 Jahren aussieht, diese Gefahr müssen wir ernst nehmen. Und das zu ignorieren und wegzuwischen wegen dem Argument, auf dem Geldschein sind so viele Bakterien, fragwürdig. Ich glaube, die Faulheit des Menschen ist das größte Gegenargument. Also das ist so ein bisschen die ganz gefährliche Sache. Es ist so viel, was du weißt. Wie schaffst du das alles zu kombinieren? Weil es sind ja auch, natürlich, es ist weltweit, aber es sind so viele Einzelpunkte, es ist jetzt nur ein Ausschnitt. Also wenn Dirk jetzt zum ersten Mal sieht, guckt euch mal ein paar Sachen von ihm an im Netz, das ist wirklich erschütternd, was du alles weißt. Und das dann so zusammenzupacken, das muss ja ein Riesenspaß eigentlich für dich sein. Das macht einen Riesenspaß. Das Wichtige ist, du brauchst erstmal ein Grundgerüst. Wenn du ein Grundgerüst hast, wie die Maschine funktioniert, dann wird dir auch plötzlich klar, wenn da was rappelt, dann ist es das Teil an der Maschine. Wenn da was hakt, weißt du, welche Auswirkungen das woanders hat. Und das ist wie mit allen Dingen. Nimm mal ein Beispiel an. Stell dir mal vor, du hast noch nie im Leben ein Formel-1-Rennen gesehen. Das ist der Fall. Du setzt dich zum ersten Mal vor den Fernseher und sagst, sag mal, sind die bekloppt? Da fahren ein paar 20 Autos irgendwann röhrend los, um nach anderthalb Stunden da anzukommen, wo sie losgefahren sind. Das ist völlig bescheuert. Du verstehst nichts davon und es ist alles nur böhmische Dörfer und völliger Schwachsinn. Wenn du ein paar Rennen gesehen hast, kennst ein paar Teamnamen, kennst ein paar Fahrer, hast langsam mal Strategie verstanden, wie das mit dem Reifenwechsel geht und so weiter. Plötzlich hast du ein Gerüst von den Regeln, wie das Ding funktioniert. Plötzlich wird jede neue Information, ach, die haben einen neuen Motor. Oh, die haben einen neuen Auspuff. Plötzlich kannst du das sofort einsortieren. Vorher, keine Ahnung. Aber wenn du mal das Grundgerüst hast, wird jede neue Information, weißt du sofort, wo du sie andocken musst und was sie für Auswirkungen hat. Und dann fängt das an Spaß zu machen. Und so war es bei mir genauso. Als ich angefangen habe, hatte ich genauso von vielen Dingen keine Ahnung. Hab mir dann aus Neugierde, aus purem Interesse an diesen Themen, wo ich gesagt habe, irgendwas ist da anders, als es sich mir darstellt auf den ersten Blick. Habe ich angefangen zu recherchieren, die Versuche zu verstehen, wie diese Maschine tickt. Immer wieder korrigiert, mein Wissen auch korrigiert, indem ich mit Leuten gesprochen habe, die das wissen müssen, die eben aus diesen Branchen kommen, die aus diesen Führungs- und Entscheidergremien kommen. Sodass ich mein Bild von der Maschine immer versucht habe zu optimieren. Und jetzt ist es dann relativ einfach, sobald eine Meldung kommt, sofort zu wissen, wo sie einsortieren muss. Es gibt immer noch viele Meldungen, wo ich sage, Scheiß, wo könnte der Baustein jetzt hin? Und dann geht der Spaß von vorne los. Aber das macht Laune. Wie dramatisch wird es, wenn Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin in Deutschland wird? Ich glaube, das spielt nur eine untergeordnete Rolle. Wer da gerade der, ich möchte nicht despektierlich sein, aber wer der Pausenclown vorne ist oder der Sprecher vorne ist. Man überschätzt die Rolle einer einzelnen Person in diesem Fall. Hinten dran stehen riesige Netzwerke. Natürlich. Eine riesige Industrie. Weltweit wird sie ja hochgehoben als wichtigste Frau der Welt. Wir gucken immer auf den einen da vorne. Denk mal an Apple damals, Steve Jobs. Als es hieß, Apple, das ist Steve Jobs. Wenn der irgendwann mal sterben sollte und nicht da sein sollte, bricht Apple zusammen. Meine Antwort darauf war, als Gottlieb Daimler gestorben ist, hat Mercedes aufgehört zu existieren, Daimler Benz? Nein, im Gegenteil. Es wurde ihm erfolgreicher. Der hat es zwar mal gegründet und hat dann noch seine Nase im Wind gehalten. Aber hinten dran ist ein riesen Team mit Entwicklungsabteilungen und so weiter. Nur von denen hörst du und siehst du nichts. Und alle Menschen denken, oh, es ist der Steve Jobs. Und hier ist es, oh, alles ist deutsche Politik, ist Angela Merkel. Nein. Das ist ein riesen Politikapparat. Da hinten dran stehen Interessengruppen, Lobbygruppen, Einflussgruppen, Thinktanks und so weiter. Wer da vorne gerade das Thema in die Öffentlichkeit posaunt auf diese oder jene scharmante oder weniger scharmante Weise, ist relativ zweitrangig. Also ich habe mal gehört, dass auch die Börse natürlich reagieren wird, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist. Nö. Es interessiert die Börse einen feuchten Kehrig. Du musst ja auch über dem Klaren sein, die Börse, gerade auch in Deutschland, ist im Wesentlichen abhängig von den internationalen Finanzmärkten. Wenn Amerika, dort wird das Geld gemacht, dort sitzen die großen Gelder, die großen Pensionskassen, die großen Finanzverwaltungen mit Billionen Größenordnungen, Blackrock und Co. Denen ist, entschuldige die Ausdrucksweise, aber das ist auch Börse, denen ist es scheißegal, wer in Deutschland Kanzler ist. Wahrscheinlich wissen die wenigsten das überhaupt noch, wer das ist. Interessiert die auch gar nicht. Und wir merken das zum Beispiel daran, wenn Amerika Feiertag hat, dann ist an der deutschen Börse nichts los, dann kannst du den Laden eigentlich auch zulassen. Weil ohne die amerikanischen Gelder passiert auf den internationalen Kapitalmärkten so gut wie gar nichts. Das heißt, und denen ist vollkommen egal, ob jetzt in Europa wir diskutieren, ob über den Brexit oder ob jetzt die Merkel-Kanzlerin ist oder wer jetzt danach kommt, das ist denen, die kriegen es am Rande mit, hören es irgendwo auf Seite 3 und das interessiert die nicht groß. Wir natürlich für uns, oh, die ganzen Medien drehen sich darum, die Talkshows drehen sich darum, alles dreht sich darum, also muss die ganze Welt ja um die Frau Merkel drehen. Nee, das ist nicht genau so. Wie sieht denn die Zukunft aus? Wird sie rosig oder wird sie grau? Haha, die Zukunft wird sensationell gut. Und die Zukunft, egal in welche Richtung sie geht, das ist immer die Frage, was wir daraus machen. Und das spielt in deinem Kopf ab. Du bist, was du denkst und du kannst mit deinen Gedanken deine Welt gestalten. Ja, die wird großartig. Das gilt für jeden. Es gibt Leute, die sitzen lebenslänglich im Knast und machen sich diese Situation zu einem paradiesischen Zustand durch die Macht ihrer Gedanken. Und es gibt Leute, die sitzen real im Paradies, in einer Luxusvilla, in den schönsten Gestaden und sind den ganzen Tag nur Scheiße drauf. Es ist die Macht der Gedanken. Und ich glaube, die Welt ist permanent um sich verändern. Und es geht immer zwei Schritte vor, einen zurück, das ist nun mal unsere Art. Und wir werden auch wieder mal Phasen haben, wo es wirtschaftlich mal einen Schritt zurückgeht oder wo es einfach wieder mal problematischer wird und wir mehr Themen zu diskutieren haben. Aber die Menschheit hat sich jetzt über 12.000 Jahre immer weiter nach vorne entwickelt. Es wird immer besser. Guck die medizinische Versorgung an. Die Erwartung, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, die medizinische Versorgung wird sich immer weiter verbessern. Unsere Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, wird sich immer weiter verbessern. Die Menschheit wird ins Weltall rausgehen. Wir werden technologische Dinge sehen. Ich beneide die Jungen, die noch jünger sind als ich. Ich bin 50, ich bin ein junger Kerl. Aber es gibt die Leute, die sind noch viel jünger, die vielleicht 20 sind oder 15. Und die werden noch viel mehr Jahrzehnte, noch viel mehr Wunder dieser Welt erleben dürfen und noch mehr tolle Entwicklungen sehen. Und ich beneide die da drauf und ich freue mich über alles, was ich noch sehen darf. Und da darf man sich darauf freuen, das wird geil. Wir können uns daran beteiligen, da mitzumachen und das so gut wir nur können mitzugestalten. Wir werden nicht die große Weltpolitik ändern, aber wir werden unsere direkte Umwelt ändern können. Wie ich denke, wie ich über mein eigenes Leben denke, wie ich mein Leben gestalte, wie ich mit Mitmenschen umgehe. Das kann ich sehr genau beeinflussen. Und das hat einen direkten Einfluss auf meine Welt. Und damit motiviere ich andere, wie es vielleicht nachzumachen, ähnlich zu tun. Wenn ich einem aufs Maul haue, hat er schlechte Laune und wird auch seine Frau vielleicht heute Abend beschimpfen. Wenn ich dem ein Kompliment mache und nicht zu dem bin, dann wird er nach Hause kommen und vielleicht einen Rosenstrauß mit nach Hause bringen. Du machst was mit deiner Umwelt, wie du mit ihr interagierst. Das ist unsere Entscheidung, ob die Zukunft positiv oder negativ wird. Sie findet sowieso statt, aber wir entscheiden, ob sie für uns und unser Umfeld positiv oder negativ wird. Und ich kann nur sagen, Leute, macht das Beste draus. Wir haben nur das Leben. Ganz einfach. Der allererste Gast der Web-Talk Show, John Kosmala, hat mal gesagt, ich freue mich, wenn es regnet. Weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Exakt. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vito. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Dabei wünsche ich dir gleich ganz viel Spaß. Für dich, Gil, du wirst eine fantastische Woche haben. Bis zum nächsten Mal. Das gibt es nicht. Ich kann nichts sagen. Ich habe nichts zu sagen, was ich schon gesagt hätte und ich sagen wollte.